hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei ark genesis und ich habe mir einen iguanodon gezähnt so wird wieder anmachen hat anmachen und jetzt ist mir eingefallen oder gerade eben ist mir aufgefallen dass ich noch kein sattel herstellen kann das war jetzt natürlich ein griff in die knoschüssel und das blöde daran ist hier komme ich gar nicht hoch nicht gleich da nicht hoch wo komme ich dann hoch ich glaube da war richtig schon dass das erste level 30 geht als mit euch ich kann jetzt mit level 30 ein iguanodon sattel machen und machst du platz ok ich wusste mal im kurs pausieren eine sekunde bitte lass mich los machst du platz iguanodon super extra futter das war das code ich habe gekotet mein gott iguan wo ist denn jetzt hier du hast du das hier weg gemacht hat dann kommt mit ihrer ich bin jetzt wieder völlig scheiße entschuldigung keine fäkalausdruck hier sag mal ich muss doch hier hochkommen ich bin doch hier runter gekommen letztens gerade eben also beim themen muss ja auch dazu sagen ich bin beim themen bin ich auch zweimal gestorben weil ich einmal vom kanu angegriffen worden bin sagt dass ich bin ich einmal im kreis gelaufen ich bin einmal vom kanu angegriffen und einmal von zwei raptoren ich bin tatsächlich im kreis gelaufen da will ich mich verarschen ach echte leute hier sind wir noch das säckchen von dem raptor ich bin hier runtergelaufen ganz normal ohne irgendwas anderes und irgendwie fallmäßig da mein gott wie soll ich das ja nicht gesehen muss er jetzt auch man komm her bei fuß der kack sich wieder den seele aus dem leib so weg damit weg damit so dann brauche ich mal eben so das mache ich nämlich jetzt hier hin damit ich weiß wo ich hin muss und eine mache ich hier hin so was wollte ich jetzt aber scho alles was ich jetzt erstmal nicht brauche kommt mal hier rüber nee das werde ich brauchen ich bin fett aber ich brauche ich eins zwei drei manchmal so sieben eins zwei drei vier fünf und dann gut aber ich halt noch eine reihe 1 2 3 4 5 das geht überhaupt mann mann dann holen wir uns mal ein bisschen stroh so wenn ich morgen nicht genug kaka habe das werde ich wahrscheinlich haben alles weggefressen kann der iguanodon sammeln einfach ich höre sie schon wieder mann mann so was wollte ich jetzt noch machen was habe ich hier noch drin 1 2 3 4 5 ich habe kein stroh hier oben neigt sich gerade alles dem ende entgegen auch mensch nicht schon wieder ich habe kein stroh ich habe kein welchen ich habe kein welchen das haben wir viel weniger holz oder sprung ja gesagt einmal mitkommen sag mal muss der trocken denn jetzt hängen geblieben wurde bis manchmal ganz schön doof ja 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 so da machen wir noch eine ceiling hier so dann haben wir hier schon mal echt geil aber das hier schon mal warte mal habe ich denn noch alles ja 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 0,25 gestellt die entfernung zum zum haus und zum spieler ja 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 noch ein bisschen mehr holz wir brauchen unbedingt metall sachen es ist es sehr wenig was wir hier raus bekommen ja 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 ich bin überlegen ob ich das hier runter machen oder hier einfach runter oder 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 hier hier geht ja schlecht naja ja 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 bisschen mehr zeit haben ja noch muss unbedingt hier nach dem spiel mal nach der nach der die menge gucken irgendwie habe ich da irgendwas verkackt ganz hart weil normalerweise müssten hier sehr viel mehr viel herumlaufen wende habe ich die wände noch dran und dann mache ich feierabend heute so hat zwar noch lange nicht mit dem haus fertig aber es muss ja auch nicht alles auf einmal sofort sein so da sind wir hiermit fertig und ich würde sagen wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder wenn es dann wieder heißt archs survival evolved auf der genesis map bis dahin euer bobra ciao